Und damit herzlich willkommen zurück bei Bioshock Infinite. Die Atmosphäre ist einfach so herrlich. Ich will nicht, dass hier alles gleich irgendwie... ...kopfüber steht. Und jeder, jeder umbringen will oder so. Jeremiah finkt. Prächtig. Muss wir den Typ nicht finden? Übrigens, ja, ich war beim Friseur. Eure Frisur sieht schlecht aus, so. So, was geht jetzt hier ab? Und nun hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen! Ja! Ja? Oh, ich darf nicht die 77 ziehen. Oh, oh! Okay. Übrigens hat einer geschrieben, aha, sie haben hier die Legalisierung der Drogen veröffentlicht. Was? Also auf jeden Fall Drogen legalisiert. Stimmt das hier? Ist das der Grund, warum alle so happy sind? Ja, halt die Schnauze! Ich glaube, dass ich sie nicht... ...dumchen! Die Verlosung kostet doch nie was! Erleben Sie hinterm Mond? Ach so, ja, ja, ja. Oh, scheiße! 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drück in die Daumen. Bräng mir die Trommel! Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Kolumbia? Ich würde sagen, nein. Die Gewinnzahl ist Nummer 77! Tja, was sagt man dazu? Oh, welch Zufall! Nummer 77! Holen Sie sich Ihren Preis! Mh, haha, das muss mir auch so rumgehen. Der erste Wurf. Was zum Teufel? Bitte, bitte, bitte! Ich weiß, es war meine Schuld! Bitte, bitte! Nein! Bitte! Was tut sie? Oh, der war nicht gut, Julians Block. Okay. Zum Paarwerfen, zum Ansagerwerfen. Weißt du was? Ich war nie Fan von deinen dreckigen Videos! Oh, dieser Dreckskalle. Oh. Scheiße. Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange, dem falschen Hirten, macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs! Na los, sag... Ja! Drücke V für einen Nahkampfangriff. Okay. Pass auf, nimm das! Oh Gott, bin ich stark! Kommt her! Kommt her! Kann man ihn plentern? Ja. Ah! Okay. V, V, V. Wenn du einen auf dem Gegner siehst, kannst du V drücken halten, um ihn zu erledigen. V gedrückt halten. Na, hab ich dir den Kopf verdreht, süßer? So. Okay. Wie kann man hier ab... Ähm... Abwehren. Ich hab keine Chance. Erzähl aus meiner linken Faust, vor der ich selber Angst habe. Ah! Weh. Tschüss! Auf Wiedersehen! Mit wem? Mit wem? Oh, man hätte mir auch gesagt, ich soll alle Mülleimer durchsuchen. Schnauze! Oh, du magst jetzt auf mich zu schießen! Wo bist du? Oh! Drücke linke Maus, lass, um deine Waffe abzufallen. Gleiche durchsuchen. Alles schön durchsuchen, ich weiß. Alles durchsuchen. Hier, diesen Automaten können wir ja... ...steuern. Wie ging das nochmal? Wie können wir Automaten steuern? Du hast doch aufgepasst. Und? Welche Tast? Einer auf der Tastatur, ne? Genau, einer auf der Tastatur. Gott, hätte ich dich nicht. Beherrschung, Hilfe. Ich hab gar kein Geld. Ähm, gut. Scheiße, schon machen wir hier Stress. Ah, mit rechts. Mit rechts. Okay, und den können wir jetzt kontrollieren. Du hast keine Salze mehr, super welche. Oh. Haha. Tanzt mal schön. So. Wie kann man hier... Ah. Y ist das? Aber ich hab die mittlere Maus, was wir drücken. Gut. Oh. Ein kleines Feuer weggezündet. Ja, für euch. Für euch. Als kleine Feier, dass ihr hier seid. Noch eins, noch eins zünden. Ach, wie schön, wie schön. Wie famos, famos. Kann man das hier auch zünden? Nein, aber durchsuchen. So, du knallst mich nicht ab, ne? Ähm. Wohin muss ich? Kämpfe dich nach Mount Island durch. Okay. Ich weiß sogar nicht, wohin. Oh nein, falsche Taste. Ja. Wer sagt das? Scheiße. Wo ist Mount Island? Da lang. Gut. Oh Mann. Ha. Idioten wissen nicht, wo ich bin. Nö. Oh. Oh Mann. Scheiße. Scheiße. Das war knapp. Nächstes Ding. Ich bin gleich tot. Oh. So. Schnell, schnell, schnell. Gesundheit bekommen. Jawohl. Wir sind wieder voll. Uh. Das war doch schon, so schön friedlich vorhin. Jetzt wird's heiß. Was ist bloß los? Weiß ich nicht. Oh fuck. Scheiße. Okay, wir können ihn wahrscheinlich kontrollieren, oder? Kratz ab, du Mistfee. Waffenfall. Waffenkuss. Tja, man liebt noch einmal. Gegner lassen beim Tod Waffenfall. Probier das. Oh. Jetzt haben wir die Feuerkraft. Oder was ist das? Das brennt. Das hätt ich ja noch auf der Currywurst, hä? Drücke, okay. Please, to create an explosive trap. Hm. Okay. Gut. Schließkasse durchsuchen. Das war keine Kostprobe. Nee, 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 nee. Aber wie wählen wir die denn jetzt aus? Drücke rechte Maustaste, während du einen Teufelskost auch isst. Also mein Feuerregel hat er so. Wir haben rein und drücken. Und lass die das dann los. Und meine Sprache. Okay. Wie wechsle ich die? Keine Ahnung. So. Okay, warum brennt hier alles? Warum frage ich? Gott, ich habe doch gegen den Typen gekämpft. Gerade. Ja. Oh Gott. Ah. Wie wechselt man? Wie wechselt man? Da. So. Booyah. Ich habe nicht mehr viel Salz. Scheiße, ich brauche Salz. Ich brauche Salz. Drücke Kuh, um meine Kraft gegen eine andere zu tauschen. Halte Kuh gedrückt, um eine Auswahl an. Achso. Achso, mit Kuh. Okay. Oh, die sind sogar verbrannt. Das ist cool. Das ist echt mit Liebe gemacht, dieses Spiel. So viel Detail. Das Ding schießt wieder auf mich. Das gibt es auch nicht. Schweini, rette mich. Wie bitte? Muss ich hier rein? Ähm. Nein. Ja, Bereich verlassen. Rein hier. Ist er wie Dishonored. Ohohohoho. Puh. Dächer des Kampfstabten Chenters. Sie haben meine Witterung aufgenommen. Wenn ich das Mädchen nicht bald finde, war dieser ganze Job umsonst. Scheiße. Eigentlich wollte ich ja nicht auffallen. Aber ich konnte den Typen einfach nicht. Den Ball nicht ins Gesicht schmeißen. Schrank durchsuchen? Wo? Wo ist ein verdammter Schrank? Das ist ja ziemlich groß. Oh, und der ist leer. Super. Das haben wir doch gern. Ja, gehen wir mal weiter. Die Reise der Kolumbia. 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 Wir wollen es nicht. Wir wollen in Kolumbia. Warum bin ich so klein? Ach, ich bin geduckt. Moment, euch kenne ich doch. Ihr seid doch hier. Kopf oder Zahl. Was? Schild-Upgrade nehmen. Okay, Süße. Gib her. Und ich dachte, warum ist das so klein? Und ich dachte. Ach so. Vermeide ich nicht, dass es ihn getötet hat. Kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Okay, Leute. Vielen Dank dafür. Ich nehme mal den Rest hier, der so rumliegt. Weil ihr braucht ihn bestimmt nicht mehr. So lecker, lecker, lecker. Bisschen Geld braucht ihr nicht, braucht ihr nicht. Ihr lebt auch von Luft und Liebe, oder nicht? Geld. Oh, hier ein paar Knarren. So. Deine Klamotten kannst du behalten. Oh, Currywurst. Oh, hab ich gegessen. Scheiße. Was ist das hier? Drücke ich auf und das ist halt eine Fox von... Kaffee trinken. Moment, dann trinke ich erst mal den Kaffee. Vater Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich? Ich soll sein persönlicher Biograph werden. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich... Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Weiß ich nicht. Da sieht der Prophet mich an und spricht. 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Richtig, das wissen wir. Und jetzt erst mal Besen an die Macht. Ja. So. Egal, welchen Glauben die hier vertreten oder sonst was. Ich glaube dem... Bes... Beschismus. Besismus. Ah, so, hier. Sogar mit einem F. Aber warum ein F? Fast hätte ich mich verraten. Aber einige wissen schon meinen richtigen Namen. So. Taube! Sorry, ich hab... Ist eine lange Geschichte. Als kleines Kind wurde ich immer von denen mitgegriffen. Also wurde fast verfüttert. Aber ist eine lange Geschichte. Lange Geschichte. Ich war sehr klein als... Mit zwölf. Gut. Ähm... Ja. Äh. Äh. Da runter. Äh. Um dich an einem Fach... Frachthaken festzuhalten, siehst du ihn an und drückst Leertaste. Oh. Schon geschehen. Das ist ja cool. Aber ich will da hin, oder? Da gibt's doch bestimmt... Ne, gar nichts. Gar nichts. Nein, ich versuch's gar nicht. Ja. Ja. Mein Freund. Was ist das denn hier? Äh. Maschinengewehr. Cool. Cool, cool, cool. Uh-uh. Drücke eh um eine Waffe... Achso. Boah, das ist ja voll eine andere Steuerung. Ja, ihr nehmt mich nicht wieder mit. Scheiße. Oh, Kacke. Oh, Mist. Oh, Fladen. Gut. Freunde, ich mach jetzt einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Bioshock Infinite. Ich weiß gar nicht, wie lange nehm ich auf. Ich hab keinen Timer gesetzt oder sonst was. Naja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.